Wie gesagt, Artemis sind, äh, ist mindestens eine Gehirnheftsicht dabei, ja. Ich glaube, das gilt hier aus Besonderes. Ja, 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 ja. Ja, na, die angebliche Hörjart Spritleck. Denk ich mal, ne? Ich glaube, ich seh den 110 auf meiner 9 Uhr. Ja, das bin ich. Okay. Ja, 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 ja. Ja, eine habe ich noch gekriegt. Oh, weh, du. Ja, hock nicht, es ist jetzt richtig was los. Also, hinter mir sind drei Feinflieger. Ich bin jetzt gerade 20 Sekunden, dass ich Füße und fliege in Richtung Frenchpoint. Check. Ich mache jetzt leicht wieder Höhe. Das ist doch hoch hier. Ah, ne. Das ist ja nicht. Also, ich mache jetzt mal, ich mache es ... Ah, er ist es. 3-Klimitations. 1.000 Racer drin. Ich kriege ja südlich raus. Ah ja, Vorsicht, eine 100-Mann, die nach oben steigt, den SBT kriegt 6. Seid ihr noch über den Klippen? Ah, bei Foxtone sind wir jetzt. Ich stütze auf eine SBT unter, in der Lisa. Jetzt wird die todelt. Oberhalb der anderen, aber die kann, glaube ich, gar nicht gerade fliegen. Ja, mach dir noch jemand auf eine, die tief ist. Ein paar mitgegebenen raus. Ach, die, der trudelt die schon wieder. Und jetzt Wasser? Ja. Ehrlich. Der Typ ist gerade um den Boden gerannt, ohne Abschussmeldung. Vorsicht, 109 in der Lisa hat 6 über Foxtone. Ja, sie ist ziemlich nahe 6 sogar. Aha. Ja, jetzt ist er frei, weil ich dazwischen kann. Ich bin jetzt in der Schere. Ja, ich gehe auf den Schere-Kart. Den hier raus. Ja, er stützt weg. Nee, ist von mir dran. Ich fliege südlich raus. Ah ja, ich fliege südlich, ja. Ich stütze drauf, auf dich. Ja, jetzt hat er abgelassen. Ja, G50 war dran. Ja, ich sehe es, ja. Ich komme hinter ihm rein. Ja, ich muss... Ach, Scheiße. Ja, Mann, ey. Wir haben uns echt verblieben. So, der T... Ah, Wasser, schön. Das ist eigentlich noch ziemlich geil. Jetzt kann man eigentlich hier die Spitze einfach runter treiben und den Rest erbetigen in die G50. Die G50. Die eine Speed hat jetzt schon 3,50 dran. Ja, die habe ich da rein getrieben. Mit dem Wasser. Ja. Ja. Der Hurricane hat sich gefangen. Alle von euch auf 45. Hier rein. Äh, negativ. Ich gehe auch gleich rein. Oh, Scheiße. Ja, das war ein Head-on. Da kannst du es ziehen vielleicht. Ja, ja. In die Richtung? Ja. Komm rein. Ah, sehe dich. Hallo, Kim. So. Wir haben eine Feindmeldung. Direkt über am Frenchpoint. Nicht vergessen. Nicht in die Bettleiste beißen. Gehen wir nie. Ah, zwei Speedings westlich Dover auf Halo 30 vielleicht. Mit Kurs Ost. Ich hätte mal angehen. Fliegen in einer... Ja, ich helse beide. Vor denen fliegt auch noch einer Richtung Süden. Die eine Speed hat scheint die andere irgendwie erschreckt, weil die ist jetzt weggestürzt. Einer dreht nach Norden ab. Ich hab da einen drauf gegeben, aber irgendwie nichts großartiges. Ich hab die verloren, die nach Norden abgedreht ist. Sind beide jetzt relativ nah beisammen. Die eine hat angedrückt, die setzt auf Kurs Hawkinsch. Die andere ist direkt westlich. Da war noch immer auf Halo 30 vielleicht. Ich stütze auf die... Ich hab nicht genug Vorhalt ziehen können. Die Speeding hängt jetzt im Propeller. Ich seh sie leider nicht, sonst wäre ich wegzwein. Sie ist zwischen Folkestone und der Ober auf 35 jetzt vielleicht. Gedudelt. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Ich bin so blind, das gibt's gar nicht. Jetzt stürzt sie zurück. Ah, ich seh sie. Sie stürzt. Da ist noch ein weiterer Kontakt. Da ist noch eine Speedie hier, die stürzt jetzt auch runter. Der anderen Speedie nach, irgendwie. Und du steckst hoch? Ja, überliegst er grad Richtung Süden. Okay, jetzt auf acht Kilometer und ich seh nichts. Das ist bitte angeschossen. Und aufgesprungen, das war happy. Der wird sehr unhappy sein. Hehehe. Uh. Ja. Drei... Uh. Ja, ich hab ne Speedie hinter mir. Fuck. Bist du das denn auf mal... Ich bin... Ich bin dann an Rolf. Ja. Du hast zwei Kontakte unterhalb von dir. Ja, ja. Und der Speed unten auf 9. Drei Kontakte. Oh, Speed hat aufgelassen. Ja, die wird gerade von 109. Ja, ich geh jetzt mit hinein. Die macht jetzt grad den Looping. Die geht jetzt gleich vertikal gehen. Jetzt dreht sie über Lisa. Oh. War ne Rolle nach rechts. Ich hab mir was gesehen. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich kann nicht an. Äh, Speed schmeißt sich grad. Ich geh von oben rein. Ich bin knapp hinter dir. Ja. Oh, jetzt komm ich gut ran. Nein. Die hat im letzten Moment gestalt. Und ist dann da komplett irgendwie weggetrudelt. Ich komm von unten her angeschossen. Ich komm von oben rein. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Oh, fahrt geräumt. Das war knapp. Ich hatte so viel Fahrtunterschuss. Ich mach ziemlich verrückte Manöver. Ich mach ziemlich verrückte Manöver. Jetzt hab ich ihn verloren. Ja, er ist jetzt runter auf 15. Der Marquis West. Das rollt sich wieder. Okay. Ich hab die Speed draufgegeben. Äh, 109. Die wird jetzt beschossen von der Speed. Ich hab jetzt leider keine 20er mehr. Komplett blind. Ich sehe gar nichts. Die ist jetzt direkt bei Marquis auf 10 vielleicht. Im Luftkampf mit einer 109. Sehr niedrig jetzt. Die Lokale haben hier vorbeigezogen. Äh, ich hab grad... Ich helf grad der 109 hier. Dann ist das ne andere 109, die auch nix sieht. Hab ich grad, äh, das Heck brennend geschossen mit dem GS. Schön. Ich bin jetzt noch einmal an hier dran. Geht noch einmal die 109 an. Ja, ich seh sie wieder. Ja, ich seh sie wieder. Der tiefere Kontakt ist die 109, nehm ich ab. Ja. Äh, die Speed müsstest du eigentlich ganz deutlich sehen. Die raucht und wassert schon. Oh, ich krieg was. Ich krieg was dran. Ja, Hurricane. Ich bin zu schnell. Ich kann nicht ran. Ich brauche aber Hilfe, wenn du kannst. Ja, ich komm grad ohne gestürzte Sekunde. Einfach weiterziehen. Ja. Ich glaub ich gewinn, äh, Distanz auf die. Weiß sie nicht kommen. Hat's gemerkt. Bin zu schnell, komm ihm nicht hinterher. Aber er ist weg. Ist weggekurvt oder was? Ja, einfach nach oben weggezogen, Ümmelmann. Okay. Ich muss jetzt landen. Ich hab jetzt, äh, Speedlick auch noch. Hey, das war Jerry, der Drecksack. Der hat mich gestern zweimal pilot gekillt. Auf dem Platz. Ja, das ist, der ist drift ganz gern. Das ist sein Hauptberuf. So, hab immer noch 24 Schuss. Aber gleich kein Schmidt mehr. 60 Liter. 11 Kilometer. Kompletter Abschuss, danke. Ja, sehr gut. Ich hab ja einfach den Wasserkühler bestätigt. Ich weiß gar nicht warum. Naja. Mal nach Bali. Kontakt seh ich jetzt. Fahrloch 35 etwa. Ja. Ja, mittlerweile genau. 30. 35. Es sind aber zwei, Vorsicht. Der dritte, hab ich nicht mehr gesehen. So, Opigab gestartet. Von wo? Bali? Oh, fuck, seid ihr geschossen schon. Ich hab eine Hurricane auf, äh, 4,5 ungefähr. 4,5? Ja. Hier oder da? Ja. Dort, wo gerade ungefähr die Blende hier abgeknallt worden ist. Okay. Er fliegt weiter, hat mich nicht gesehen. Ich versuche hier hinterher zu stützen. Äh, Hurricane spiralt sich runter. Aufpassen. Etwas nördlich vom Fluss der Richtung Amir geht. Na, da bin ich gerade auf 30er, bin auch blind. Harry ist jetzt runter auf vielleicht 15. Okay, super. Direkt Südkurs Richtung Fluss. Okay. Ah, ich seh, hängst du ganz nah dran? Nee, nicht wirklich nah. Ich komm jetzt heran. Das seh ich aber auch, Luftkampf flach. Von Yvranches zum Fluss, zwei Drittel des Weges. Oh, einer geht runter. Ah, die 109 leider. Ja, das heißt leider, vielleicht schnapp ich mir dann die SPD. Meine Spitze ist flach jetzt zwischen dem Fluss, genau in der Mitte zwischen Amir und Abbeville. Wie hoch? Flach. Okay. Äh, Hurricane angeschossen, hat Wasserkühler. Ja, mein Spitze hat auch Öl und Wasser. Ach, gut. Wollen wir nochmal neu starten? Na klar. Sehr gut. Gut. Tapfer. Ich hab so, Hurricane auf meiner 3 Uhr fliegt Nordkurs. Und okay, dann folge ich dir mal wie hoch? Äh, 30 würde ich schätzen, 35. Ja, gut. Ah, das dritte Fliegelboden. 40 vielleicht. Ah, ich seh sie, ich seh sie. Ich komm auch dazu. Ich komm ran, ich komm ran. Ich komm ran. Ich komm ran. Ich komm ran. Ich komm auch ran. Ich bin direkt dahinter. Ich hab ihm was mitgegeben da raus. Also, die ist auch da, ja. Ja, alles klar, okay. Ja, vorteilängstig. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's. Haben ihn draufgegeben, hat Wasser? Ja, schön. Eiletkill, oder? Ne, das war... Ne, ist da der andere. War der? War der? War der? War der? War der? War der? Ja, super, das hat auch super geklappt. Das klappt doch gut. Danke. Besser. Wen hab ich denn hier auf Hallow 40 in der minimaleichten Lisa? Das bin ich. Aber ich seh hier... Und ich seh eine Hurricane, 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 Hurricane. Ich auch. In der Lisa, in der Lisa. Ja, ja, ja. Selbe Höhe? Ja. Auf 40. Auf 40? 40, 40, 40, 40. Dui und Karayi bleibt immer oben, oder? Ja, fack. Ich schießt auf eine 109, ja, das ist Dui. Du kannst über Wolf gehen, über Wolf. Ja, ich geh mal leicht runter. Ja, okay. Ich bin hinter ihr, aber noch außer Schussdistanz. Ja, ja, ich bleib in der Wolf. Erstmal, bis Du was sagst. Zieh Richtung Armee ein, bitte. Richtung Armee ein. Hart abgelassen. Ja, gut, danke. Machen wir mal ein bisschen Höhe wieder. Kommt King rein, oder? Nee. Ich hab auf die Hurricane drauf geschossen. Andere 109. Ach, der drückt negativ, aber frei in der Sonnenschein. Schön trudelt. Die andere 109 kommt rein, ich komm danach. Hm, daneben. Äh, verdammt. Der hat so wild herumgespinnt. Ja. Äh, passt auf, hier sind noch zwei andere Hurricanes. Lass mich nicht so weit runterziehen. Da kommt einer aus Richtung Wasser. Oh ja, der kommt aus Süden. Ja, Viktor. Zwei Stück kommen hier rein. Ich hab glaub einer hier. Ja, ja, ich seh's. Der Vorderwehr ist eine Feindmaschine. Da ist doch eine Spitti in der Rolf hier. Bist Du dahinter gewesen? Da drüber ist noch eine Spitti. Äh, wir sind jetzt aber eine Menge Feindmaschinen, Leute. Ja, ja. Ach, ich geh mal auf eine drauf. Wo seid ihr gerade? Oh, mich hat gerade eine passiert, ja. Pro Noir. Hm, fuck nee, da hängt sich eine ran an mich. Ich flieg mal auf Armier, kann mir zufällig jemand helfen? Hallo 28? Ja, ich seh dich, aber... Ja. Ja, ich versuch hinter dir rein zu stützen. Ah, hinter mir... hinter mir kommt... Ja, ich steh's rein. Ja, ich steh's jetzt rein. Okay, ich bin auf deiner Bereich. Hinter mir ist noch eine 109. Ja, das bin ich. Ich baue mal eine Info bitte. Ich bleib mal oben. Ich komm hinter dir rein, aber ich brauch noch. Aber die Spitti kommt nicht wirklich ran auf dich. Du bist derweil noch außer Gefahr. Naja, aber bald hab ich keine Höhe mehr, dann wird's spannend. Jetzt hätte ich noch drehen können. Ja, ich bin eh schon hinter dir, mehr kann ich auch nicht machen. Ja, kannst du mir doch sagen, dass ich über Rolf drehen soll? Dann bist du doch relativ schnell ran. Karai, du hast in deiner weiten 6 auch eine Feindmaschine, die geh ich mal ran. Ja, okay. Ah, jetzt stopp ist der 109. Er schießt auf lange Distanz, aber... ... ist jetzt nicht gefährlich. Ja. Ich komme jetzt ran. Ich bring gleich den Schuss entfernen. Ich hab ihm ordentlich drauf gegeben. Ja, sehr schön. Hängt er noch? Ne, bricht weg. Danke. Hat keinen Seitenhuder mehr. Äh, wie schaut's mit der Maschine aus hinter mir? Das war eine 109, alles gut. Okay, Spitti kurft gerade, wie verrückt. Ja. Ansonsten seh ich nix mehr, bis auf die 109, die noch... ... oder ich weiß, ob's King ist oder die andere 109, die da ran saust. Ich seh, ich seh Richtung Poinor noch zwei Kontakte Südpol. Ist das einer von uns, der Spitti jetzt da angeht am Deck? Also ich bin's nicht. Ja, ich geh noch einmal drauf. Richting Poinor siehst du? Auf welcher Höhe? Äh, Südpol würd ich, also ich sag mal auf 20, 25. Aber noch weit weg. Okay. Auf meiner Höhe ungefähr. Ich fliege jetzt den Fluss entlang, hallo. 26, 27. Ich folg nochmal auch. Hab der Speed nochmal draufgegeben. Ja, Viktor. Die war da zu zweit gerade. Seid gefährlich aus. Achso, war keiner von uns, oder? Der jetzt gerade drauf drin war. Ne, ich stutz nochmal rein. Ja, ich seh dich. Ich komm hinter dir rein. Ja, besser getroffen, nicht viel. Ich will ja noch mit dem Geass draufgeben. Ja, klar. Ja, ich hab ja nur noch Geass. Seid immer noch bei Amir in der Gegend? Ja. Ne, zwischen Amir, Amir, Fluss, Abbeville, zwei Drittel, Amir. Okay. Auf null. Schöne Treffer, ich komm dahinter ran. Hat was da. Hm? Ich lass ab. Okay, bin auch raus. Noch mal ein bisschen was draufgeben. Fangen wir wieder südlich ein bisschen höher. Äh, nördlich. Nördlich. Südlich wäre nicht gut. Wenn du kannst nach Amir fliegen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, die fliegt schon nach Amir. Vorsicht, die stürzt, glaube ich, runter gerade. Da kommen zwei Maschinen rein. Nee. Ja, die eine war... Das eine ist eine 109. Das andere ist eine Spitti, aber... Okay. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir da sind. Wenn du Probleme bekommst, einfach den Fluss nach Amir. Vorsicht, die geht dich an, wenn du gerade hochziehst. Ich bleib schnell. Das Spitti zieht gerade stark hoch. Nee, das bedichte ich dann. Okay, dann geht's dann richtig an. Nein, das ist glaube ich eine Hurricane mit Fahrwerk draußen. Nein. Ja, da unten ist noch eine Hurricane. Ja, ich gehe die höhere an. Die ist jetzt auf 15. Okay. Wie auf die Nieder? Ja, der kommt auf dem KI-Verband an. Südliches Flusses. Auf Amir wahrscheinlich zu. Äh... Abbewesen. Abgeschossen aber leider nicht getroffen. Was ist da über dem Fluss drüber? Oh, Alter. Ah, ich fahre ja fach über dem Fluss. Was ist da über dem Fluss? Hurrikan steht auf einer 109 am Deck runter. Ja, Viktor bin ich. Äh, zieh sie mal. Zieh mal grad. Zieh mal grad. Vorsicht, 109. Flach. Nerdy, dieses Flusses hat 6. Ganz nah. Flach. 0. Kommt schnell ran, die höhere. Weh, ich komm hinter dir reingestützt. Ja. Bitte. Schießt grad die Hurrikan. Das bin ich. Äh, stimmt. Ich musste sie jetzt vertreiben, weil die war schon ziemlich nah. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Hab wir was mitgegeben? Ich häng mich nochmal an die Höhere ran. Da kommt doch was runter. Ich bin dran an der Hurri. Ich bin hinten dran. Ja, oh Mann, du bist hier 2 Meter vor mir. Wenn du durchmust danach. Ja. Haben wir draufgegeben. Ich bin gesessen. Ich gebe auch was mit. Okay. Er hat einiges mit. Hätte ich mir sparen können. Achso, ne. Gemeinsam alles, ja Gott. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich höre ich nicht mehr. Ihr seid in den Wolken verschwunden. Ja, wir sind jetzt Südpol. Wir müssten auf unserer 3 Uhr irgendwo sein. Ja. Ich glaube, der hat sich grad in den Blackout gezogen. Aber fahre hinter Sonnenschein. Ah ja, das sehe ich in den Quadrat, in den Wolken. Direkt in der Mitte. Geht jetzt Rolf, Südpol, direkt. Folgt ihr mal. Ich sehe nichts. Kommt jetzt wahrscheinlich hinterher noch weg zu. Rector, jetzt hab ich's. Ja. Wir passieren gerade. Du stürzt gerade durch, richtig? Negativ. Jetzt zieht er nach oben. Rector, alles klar. Amen. Moment. Ja, wenn du Hilfe brauchst, zieh ihn Richtung Abwehrwiedel. Wir kommen jetzt gerade für ein paar Kilometer entfernt nur noch. Kommt jetzt wieder hinter mir rein. Aber dürfte jetzt dafür nicht mehr genug Energie haben. Schneid seine Kurve. Ja, ich sehe es. Auch dahinter. Ja, einer ist jetzt schon recht nah. Ja, das ist Karajan. Ja, ich brauche aber noch Geschwindigkeit. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Er bricht weg. Oder? Nee. Jetzt bricht er weg. Okay, ich geh mal hoch. Okay, ich geh mal drauf. Ja, ich bin jetzt direkt dahinter. Ja, ich seh dich. Bis vor mir. Jetzt turnt er. Wegkommen auch. Ja, keine Chance. Okay. Ich geh nochmal drauf. Ich geh nochmal drauf. Vorsichtig, geht zu zweit rein. Ihr seid zu zweit drin. Ja, du bist vor mir. Okay, ich geh raus. Nein, bin auch raus. Wir haben draufgegeben auf dem Flügel. Er ist jetzt schon am Deck, oder? Nee, ich geh auch noch. Fünf ist er ungefähr. Okay, ich geh mal drauf. Geht er gerade noch, ne? Geht jetzt Richtung Amir. Ja, ich bin dran. Ich komme jetzt direkt von oben. Ich glaube hinter dir. Weiter. Ja, raus. Returned. Ich komme hinten rein. Überall, ich werde dich wahrscheinlich überhauen. Nein, ich glaube nicht. Ah, dem fehlt er der Führerspitze. Ja. Bin dran. Ich komme hinter... Ihr seid wieder zur Zeit drin. Aufpassen. Ich komme von oben rein. Ich bin dran. Und draufgegeben, hat Wasser. Handwasser. Vorsicht, da ist noch einer durchgestützt gerade. Ja, Hurricane mit viel Energie hier. Ja. Wo? Bin blind. Ich bin blind. Ich bin gerade über Lisa hoch. Ja, geht gerade über Lisa stark. Ja, ich sehe es. Abgeschossen haben wir, glaube ich, nicht getroffen leider. Geh mal ran. Ja, setzen wir jetzt auch hinter ihnen. Ja. Ja, irgendjemand hat getroffen. Bin raus. Ich komme von oben rein. Aufgegeben, aber, glaube ich, nur mit dem Gieß getroffen. Ja, hinter dir. Bin dran. Ich geh nochmal drauf. Bin. Hat Wasser. Ich geh raus. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich glaube, der wird wahrscheinlich bald aufspringen. Oh, guter Treffer. Ja, ich glaube, der geht ab. Ja. Der geht ab. Hey. Der geht ab. Okay, ich bin direkt über ihn. Ich geh nochmal drauf. Ja. Okay, ich bin raus. Oh, ich werde raus. Nee, es ist eine 109, die noch drauf schießt. Ja, die habe ich gerade erwischt. Was? Du hast mich erwischt. Was? Gar nicht wahr. Das ist üble Nachrede. Es hat geknallt. Es wird sich auf die nächste Beförderungsrunde aus. Na King, wie fühlt sich das an? Auswiegend. Hast du denn von Karaya beschlossen zu werden? Abgesprungen. Nee, Gewehr. Von eigenem beschlossen zu werden. Scheiße. Er ist doch meiner letzten Kanonen würdig. Hm. Ja, das wäre ein schönes Ziel. Balthas, weiß ich. Ah doch. Der Gag schneit jetzt schon ein bisschen in Richtung Dirk. Ja, ist gut, genau. 530. Ja, geht, geht. Ja, ich denke wir dürften fast zeitleichter ankommen. Wir haben in der hohen 6. Kontakt. Das könnte ich sein. Ich folge euch auf 25. ich ja das kommt hin lisa war weg da bist du ich ja das kommt hin